Du guckst ja auch nach diesen ganzen Geschichten, du hast ja auch dieses Wodak-Interview angeschaut. Hast du das Gefühl, dass das die üblichen Verdächtigen sind, die da jetzt wieder, sag ich mal, aus ihren Löchern kommen? Oder dass es eine neue Dynamik hat? Nö, das sind die üblichen Verdächtigen. Ich hatte es ja auch vor ein paar Tagen getwittert, das ist wie Arsch auf Eimer, wenn der Wodak bei KenFM auftritt. Aber wir müssen ja einfach nur verstehen, wie quasi, ich sag jetzt mal, Propaganda funktioniert. Es gilt Zwietracht zu sehen und da wird alles genommen, was quasi zu Konfusionen beiträgt, damit die Leute nicht mehr wissen, wem sie glauben können. Es geht nicht darum, denen, die das senden, geht es nicht darum, sie davon zu überzeugen, dass der Virus ungefährlich ist, sondern ihnen geht es nur darum, die staatliche Autorität anzuzweifeln, Institutionen anzuzweifeln und mediale Institutionen anzuzweifeln. Um welche Inhalte es dann geht, ist, glaube ich, denen zweitrangig. Und das merken wir aktuell am Beispiel von Russia Today, KenFM. Aber es gibt sich auf der anderen Seite die Gefahr, dass möglicherweise hier und da berechtigte Kritik, möglicherweise auch von Wissenschaftlern, und es sind ja immer auch manchmal Einzelmeinungen und Mindermeinungen gewesen, die am Ende näher an der Wahrheit waren. Und ich spreche aus Erfahrung bei Monitoren, der Berichterstattung über Vogelkrippe und Schweinekrippe, gab es ja auch von der WHO oder von anderen Seiten den Druck, diese Krise sehr, sehr hoch zu reden. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es eben doch nicht so dramatisch war, wie es von Virologen oder auch der Weltgesundheitsorganisation dargestellt worden ist. Ich glaube, das haben viele in Erinnerung, wenn es jetzt um diese Krise geht. Und auch deshalb, glaube ich, ist so ein Video wie das von Wodarg so erfolgreich. Müssen wir nicht trotzdem auch schauen und müssen wir nicht trotzdem auch aufpassen, dass wir nicht zu vorschnell möglicherweise wissenschaftliche Mindermeinungen als Verschwörungstheorien abstempeln, um auch offen zu bleiben für das, was möglicherweise nachher der richtige Weg sein könnte? Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Und wir sollten auch irgendwie vielleicht dem Wodarg zum Beispiel jetzt nicht automatisch Fake News oder Lügen unterstellen, sondern er hat wahrscheinlich, er sitzt einer Fehleinschätzung auf, an die er jetzt festhält. Ich meine, wie gesagt, das hatten ja andere, also Leute, die sich mit Pandemien und so weiter auskennen, in den letzten Zeit, in den letzten Monaten und Jahren ja auch immer wieder gemacht. Nur ist es wichtig, sich dann auch zu korrigieren und das mit dem Publikum damit offen umzugehen und ihnen auch zu sagen, was jetzt Fakt ist und was Vermutungen sind und was wissenschaftliche Erkenntnisse noch weiter braucht. Also quasi auch mit den eigenen Zweifeln, mit den eigenen Unwägbarkeiten offen umzugehen und halt nicht zu sagen, nein, so ist es nicht, sondern wir haben da andere Kenntnisse. Ja, das ist es und ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben im Januar bei Monitor zum ersten Mal über Corona berichtet. Damals gab es die Einschätzung der meisten Virologen, dass das Virus in seiner Gefährlichkeit möglicherweise überschätzt worden sei. Das haben wir damals dargestellt. Wir würden, glaube ich, einen solchen Bericht 1 zu 1, wie wir im Januar gemacht haben, auch nicht mehr senden. Aber dann kommt sehr schnell der Vorwurf, ja, ja, ihr habt ja damals auch Dinge behauptet, die man nicht behaupten dürfte. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man immer sagt, welchen Kenntnisstand hat man eigentlich, zu welchem Zeitpunkt, und ich gebe dir vollkommen recht, dass man dann auch offen sein muss zu sagen, auch wir als Journalisten und Journalistinnen, dass wir uns in der Einschätzung korrigieren. Ja, zum Thema... Wir machen alle Fehler. Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Fehler sind. Es sind natürlich Einschätzungen, die man gibt. Man muss, glaube ich, nur deutlich machen, dass es eben Einschätzungen sind und was die Basis ist, auf die man sich bezieht. Und das ist in der Zeit, glaube ich, wichtiger denn je.